Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück in Siggiland. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Tag 6, neigt sich langsam an dem Ende. Wir haben es jetzt kurz vor 4 in Game. Das läuft derzeit alles. Es läuft relativ rund. Wir nehmen wieder ein bisschen was ein. Wir haben ja die Einnahmen wieder erhöht. Wir müssen uns hinten noch ein bisschen um das Licht jetzt kümmern. Wir haben ja hier zwar schon ein paar Fackeln aufgestellt, aber noch nicht kompletto. Das bedeutet, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, denn es wird ja heute wieder Nacht. Und mit Licht kommt das gleich alles noch viel, viel schöner. Aber was haben wir beim letzten Mal gemerkt? Da müssen wir noch ein paar Toiletten und so ein Späßchen aufstellen. Guck mal, hier wird es um 4 Uhr schon dunkel. Zack. Also mit der Bahn fahren sie echt lieben gern, ne? Weiß nicht, warum das so ist. Ja, vielleicht habe ich es hier auch ein bisschen groß gemacht mit unseren Wickeln, äh, mit unserem Wikingerplatz hier mal gucken. Wo drunter war denn noch mal das Licht? Ich finde es jedes Mal nicht wieder. Hier, Beleuchtung. Sonst haben wir überall die genommen. Sozusagen im normalen Gebiet, wo wir kein Szenario großartig haben. Ja, das sieht noch sehr, sehr gleich hier aus. Aber das kommt noch mit der Zeit, wenn wir noch Sachen einbauen. Und noch mehr genutzt werden kann. So, hier fehlt noch das Licht. Zack. Zumindest etwas. Das muss ja nicht so überdimensional viel erstmal sein. Die noch kopieren. Das ist jetzt 210.000 auf der hohen Kante. Okay, jetzt haben wir überall Licht. Hier noch so ein bisschen. Na, wird die jetzt genutzt? Nö, es geht wirklich kaum einer hin. Lass dich warum. Spaß, Test starten. Nö. Aber egal. Unsere Bahn wird zumindest genutzt. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Gebadet wird leider auch nicht. Obwohl wir es den Leuten anbieten. Gut. Dann würde ich sagen, arbeiten wir uns hier noch so ein bisschen weiter voran. Dass wir es noch ein bisschen alles verschönern. Dass es so langsam Form annimmt. Dann müssen wir mal schauen, was wir in dieses Fleckchen hier reinbauen. Weiß es noch nicht genau, was hier gut wäre und was nicht. Und hier fährt auch kaum einer mit. Ist die zu abgelegen? Oder was ist hier das Problem? So und hier wurde ja gesagt, ich habe hier keinen Warteschlangenbereich, sondern nur einen normalen Bereich. Deswegen probieren wir uns hier jetzt mal eine Warteschlange. Nein, das ist ein Personalweg. Ja, so geht es ja auch, ne? So, auf ist das Ding. Passt. Hier haben wir ja auch noch freie Fläche. Müssen wir mal gucken, was wir hier machen. Ich hätte gerne mal so ein Wiesenrad. Ich glaube, wir haben keine Wiesenrad. Vielleicht kann das sein. Das ist faszinierend. Rutschbönen. Ich frage mich, ob die alle mit Wasser sind. Das sieht fast so aus, ne? Wir leuchten ein, Taschenlampe ein. Ganz wichtig. Guck mal, das sieht doch cool aus mit dem Feuer hier im Hintergrund. So, was gibt es denn hier noch für ebene Fahrgeschäfte? Ah, guck mal. Das Ding haben wir doch. Können wir das hier noch rein? Das müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Weg kopieren. Weg kopieren. Testen. Boah, aber ganz, ganz knapp. Richtig gut. Man kann das Ding noch auf, ne? So, wir wollten hier hinten weiter machen. Ai, 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 ai. Brauchen wir über Pause? Muss ich das einstellen? Das ist voreingestellt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich muss sagen, das hier ist mir schon ziemlich gut gelogen. Das macht schon sehr, sehr viel her. Gut, dann wollten wir hier dran weiterarbeiten, dass wir uns hier weiter vorkämpfen, im Prinzip. Oh, das ist jetzt nicht mal so schlimm, Mann. So ein bisschen Dekor rein. Ich kann ange ruined. Das geht's mal. Das geht's mal. Ja. Ja. Das sind ja so Wasserpflanzen, glaube ich, ne? Wo ist denn mein Wasser? Hier ist mein Wasser. Ding, ding, ding. Ormschnitt, Bäume, Brauerranken, Korallen, Pflanzen, Töpfe. Oh. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Oh. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. das passt halt nicht so hundertprozentig zusammen es gibt zumindest mal ein anderes bild hier noch die ist ja schön die gefilte ja moment was machst du da oben kleine büsche bitte noch das bricht 359.000 euro eingenommen die ganze ganze menge ja guck mal so langsam wird doch hier so baumhecken passen hier glaube ich nicht so rein diese palmer so kaktien gibt es hier guck mal eine an so so blume hier also wissen gestalten muss man ja auch das gehört ja dazu habe ich jetzt in die achterbahn busch gesetzt jetzt wird es richtig richtig blumig hier das passt doch jetzt so ziemlich gut du kannst ja jeden spaß hier weg mal wieder 19 sachen tecups verschlechtert sich skype verschlechtert sich in einem kritischen zustand klaren wartungsarbeiten ein das bedeutet das hier Ich kann mich einfach nicht damit befassen. Keine Ahnung warum. Oh, hier war gerade wer Baden. Du ahnst es nicht. Das heißt, in der Theorie könnten sie das sogar nutzen. Ah doch, hier stehen sogar welche an. Nur hier noch nicht so. Aber gut, machen wir uns erstmal weiter hier dran. Also, Szenarien. Was ist denn so weit oben? Ich würde das einfach nur so blöppchen. Gut, was hätten wir denn noch? Ein Steg, ein Boot. Den Fall noch mit rein. Ach Quatsch, ist das schon wieder. Oh nein, ich habe die Fackeln an die Luft gebaut. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Das gibt es doch nicht. Kann man, dass sich nicht so gut Licht ausstrahlen, ne? Wenn die einfach in der Luft hängen. Also manchmal, das könnte ruhig am Boden erstmal versuchen, dran zu snappen. Das wäre schon mal was in dem Spiel. Das würde ja schon mal helfen. Aber wenn du so lange gehst, geht's ja, ne? Okay, die gehen auf jeden Fall wieder. Also hier hat das gemacht. Hier nicht. Also müssen wir hier noch weitergehen. Oh mein Gott. Das sind verdammt viele. Ich habe so ein paar gesetzt, ne? Es tut mir leid, aber... Da war ich wieder zu schnell. Aber gut, das kriegen wir noch gefixt. Dann müssen wir uns gleich weiter ran setzen, dass wir da... Bleiber passt natürlich gar nicht dran, ne? Und setzt er die jetzt schon wieder hoch? Ich verstehe das manchmal nicht. Ich verstehe das manchmal nicht. So schön, dass es hier auch ist, ne? Aber manche Sachen sind einfach echt... komisch, merkwürdig eingestellt, finde ich. Achso, du stehst auf dem Boden. Ihr beiden nicht. Vielleicht verstehe ich das Spiel einfach auch falsch. Da dürft ihr euch von mir nicht irritieren lassen. So. Das muss euch schon besser aussehen. Oh. Also dem Ding fahren sie relativ gern. Hiermit so wirklich gar nicht. Kommt denn hier auch der Techniker? Das hat er wahrscheinlich schon gefixt. Und ich habe das nicht mitgekriegt. Okay, was könnte man nur noch kleines hier so reinbauen. Das war's. Wie krieg ich jetzt das Servicegebäude da rein? Personal. Servicegebäude. Ich hab wenig Requisiten-Läden, ne? That's fantastic! That's fantastic! Entschuldigung. So, Servicegebäude. Päre-Eingang. Den zweiten Pakeingang. Da können wir uns, glaube ich, auch demnächst nochmal drum kümmern. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Okay. Machen wir den Informationsschalter hier rein. Auf das Ding. Das ist halt Resort. Resort wäre so das nächste. Hier Skybeam haben wir doch, ne? Ja. Ja, haben wir stehen. Sieht schon cool aus. Resort. Mythologie. Und die Schiffschauke, wo stehen? Ja, da steht sie. Ich glaube, da müssen wir hier viel Deko reinbauen. Okay. Turm. 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 Szenarien, Spezialeffekt. Szenarien. Aber dann hier. Resort, Resort. Eine Wikinger-Natur-Szenerie. Den haben wir, glaube ich, schon. Aber den können wir gerne nochmal aufstellen. Ich finde den echt ganz nett, diesen Brunnen. Dann füllt das doch hier langsam. Das haben wir auch schon stehen. Ich glaube, wir könnten hier nochmal so Toiletten so reinmachen. Und was zu essen. Machen wir ein paar Servicegebäude. Trinken. Trinken. Essen. Äh, Souvenires. Duh, duh. Duh, duh. Guck mal, das nimmt doch langsam Gestalt hier an. Einfach 700.000, 800.000 Forschungspunkte. Ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Großfähig noch diese Bäume rein. Kleine, große Steinchen. Und was Behörden. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das vermirkt. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Wie ich auch. Ich weiß gar nicht. Das ist gar nicht. Wann ist das so... Und das ist doch gar nicht. Läuft aber auch wieder. Ich glaube, wir haben genug Techniker. Ich würde trotzdem noch ein bisschen Personal einstellen. Einfach auch gerade, was Hausmeister und so betrifft. Dass hier einfach alles schön sauber bleibt. Zwei, drei Techniker. Wir sind ja relativ gut dabei mit der Kohle. Es geht natürlich nach unten, so ist es nicht. Aber wir sind noch gut dabei. Können wir auch noch ein paar Wikinger hier aufbauen. So, wird die jetzt hier eigentlich genutzt? Zwischen? Ne, ne? Die fährt einfach nur so ab und zu rum. Also die kleinen Fahrgeschäfte werden definitiv genutzt. Das ist ja auch nicht so. Schade eigentlich. Auf Animal haben sie auch keinen Bock. Obwohl es eigentlich eine ziemlich coole Holzachterbahn ist. Aber da müssen wir uns demnächst nochmal drum kümmern. Vielleicht machen wir beim nächsten Mal einfach noch einen neuen Eingang. Den wir vielleicht so hier platzieren könnten. So hier in der Ecke. Und dann wäre so hier Resort außenrum. Und hier nochmal aquaristisch so. Wäre so eine Idee. Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Wikinger gefällt mir auf jeden Fall. Hat auch was. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. Super. Sehr vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.